In diesem Video gibt es um das wichtigste Element der Customer Journey und wie es zum langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens beitragen kann. Funktioniert die Customer Journey für Ihr Unternehmen auch nicht richtig? Das ist etwas, das wir in unserer täglichen Arbeit immer wieder hören. Wir haben die Customer Journey zwar gemacht, schon vor zwei Jahren, so quasi Task ist erledigt, das können wir jetzt abhaken, aber im Marketing hat sie uns eigentlich nicht geholfen. Eigentlich haben wir jetzt eine Customer Journey und die liegt jetzt in irgendeiner Schublade. Das sehen wir leider sehr oft und das liegt in den meisten Fällen einfach daran, dass die Customer Journey alleine nur ein Werkzeug ist und ganz falsch verstanden wird. Die Customer Journey alleine, was ist überhaupt eine Customer Journey? Die Customer Journey ist die Reise, die Ihre Kunden durchmachen von dem Moment, an dem Sie merken, Sie haben ein Problem, bis zu dem Punkt, an dem Sie bei Ihnen kaufen und noch einen Schritt weiter, wo Sie Ihre Kunden so happy machen, dass Sie Stammkunden bei Ihnen werden. Und die Customer Journey bildet genau diese Reise ab. Und was wir jetzt sehr oft sehen, ist, dass diese Customer Journey eben nur ein Werkzeug ist. Und wie ein gutes Werkzeug in einem Werkzeugkoffer kann dieses Werkzeug alleine oft nicht genug anrichten, sondern man braucht auch noch andere Werkzeuge dazu, damit man es optimal einsetzen kann. Und die Customer Journey ist eigentlich ein perfektes Werkzeug, um Ihr Content Marketing zu verbessern, weil sie Ihnen genau zeigt, wie es Ihren Kunden auf dem Weg zum Kauf geht. Aber was Sie ganz dringend dazu noch brauchen, sind die Fragen, die sich aus der Customer Journey ergeben und zwar die Fragen, die Ihre perfekten Kunden im Kopf haben, wenn Sie diese Customer Journey durchschreiten. Und wenn Sie diese Fragen nicht ableiten und keinen Weg finden, diese ableiten zu können, dann fehlt Ihnen am Ende der gute Content, der eigentlich in der Customer Journey drinnen stecken würde. Und dafür haben wir einen Weg entwickelt, wie wir diese Fragen ableiten können, denn diese Fragen sind dann die Überschriften für Ihre Blogbeiträge, für Ihre Facebook-Posts, für Ihre Instagram-Posts. Also genau das, was Sie eigentlich in der täglichen Marketingarbeit brauchen, das steckt in der Customer Journey. Aber es fehlt noch das Werkzeug, um das herauszuholen. Und genau das sind die Fragen der Persona. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie das am besten anstellen, fragen Sie uns einfach. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das am besten anstellen, wie Sie das am besten anstellen, wie Sie das am besten anstellen,